Hallo liebe Freunde des Geflicken Gamings, Reisels und ja, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lomdom Silver und ich darf dich recht herzlich hier begrüßen in meinem Airline Tycoon Deluxe Let's Play Folge 43. So, okay Freunde, der Tag ist leider schon wieder rum hier bei uns, deswegen würde ich mal vorschlagen, dass wir mal Feierabend machen. Nutzen wir mal den Ausgang, den haben wir auch nicht genutzt, ne? Wollen wir Feierabend machen? Joa, die letzten 5 Minuten klauen wir uns mal. So, wie viel Kohle haben wir jetzt? 24, wir haben eine Million plus gemacht, okay. Oh, wir sind mittlerweile bei einem Image von 54%. Sie hat 1% verloren, das heißt, bei ihr geht es sogar runter. Das heißt, guck mal, wir haben 81.000, fast 82.000 Passagiere befördert, sie nur 14.000. Ja, also ich glaube, das wird mit ihr nicht mehr lange gut gehen. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Ich weiß nicht, wann das Ziel hier erreicht worden ist. Mit Aktien wird es schwierig schon, weil immer, wenn diese neue Aktien, ein bisschen ausschüttet, dann holen wir uns die und dann sind wir immer noch bei 30%. Schwierig, ich glaube, das könnte nicht das Ziel, das wird das Ergebnis sein. Problem in der letzten Folge hatten wir gehabt, dass die Dominic, unser Flugzeug, ein Triebwerkschaden, glaube ich, hatte, musste weichen und dadurch haben wir leider den Frachtauftrag nicht mehr machen können. Glücklicherweise war das ein Frachtauftrag ohne Strafe, das heißt, wir haben letztendlich nur, in Anführungszeichen, die 1,5 Millionen Dollar oder Euro nicht bekommen, aber wir mussten dafür auch nichts bezahlen, dass wir den Flug nicht gemacht haben. Das ist natürlich ärgerlich, dass wir das nicht bekommen haben, aber es hätte insgesamt noch schlimmer sein können. Top auf Holz und von daher bin ich guter Dinge, dass wir in den nächsten Folgen das Ganze besser hupen werden. So, Freunde, gut, Schlückchen genommen, Briefchen brauchen wir nicht machen, brechen wir ab und dann gehen wir direkt mal in den Last Minute rein, bevor nämlich unsere Hexenfreundin da, wo ist sie, kommt gar nicht raus, ach, da ist sie schon, schnell, 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 ha, 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 haben wir sie doch genutzt. So, hier ist nichts Tolles, dann gehen wir noch schnell hier rein und einmal hier schauen, sieht aber auch eher so semi aus, dann schnell einmal hier hin. Karakas, Karakas, meine Damen und Herren, Karakas. Der war ganz gut hier, Frankfurt nach Delhi. Die Prämie ist mehr als angemessen, schauen wir mal, wie es mit dem Flugzeug aussieht. Die Dominik, die ist wieder am Einsatz, ja, hat jetzt auch 71, die lassen wir aber noch mal kurz. Naja, die lassen wir noch mal. Die Last Minute, die ist in Paris, wo kommt die ist, Frankfurt, Delhi am Donnerstag, Delhi Donnerstag. Ähm, wird sie hinkriegen? Der Aufwand ist gut. Nehme ich mal mit. So, würde ich hier mal reinsetzen. Dann fahre ich hier am Donnerstag nämlich von Frankfurt aus. Ähm, gut, dann kann man 218.000 Klima da immer noch für, das ist doch ganz gut. So, hier unten ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr so geil, weshalb wir dann abbrechen können, Alter. Dann schließen echt komisch hier rumlaufen. So, nur rot. Das heißt, wir können unsere Konkurrentin heute nicht ausbooten. Wir geben mal gerade gucken bei dem, äh, bei der Bank, ob es da neue Aktien gibt. Kurs, äh, ja, ihr seht schon, äh, immer noch 29 Prozent. Wir können hier dann keine neuen Aktien kaufen. Ähm, die anderen haben wir halt ausgebotet. Das gab ja vorher, die ihr richtig sehen könnt, ähm, gab es ja noch Falcon Lines, diesen weg. Und es gab Honey Lines, die haben wir auch über, also liquidiert sozusagen. Und dadurch hat sich das Ganze, ja, ein bisschen zerschlagen. Nun gut, die soll, soll einer sein. Es ist so, wie es ist. Es ist die freie Wirtschaft, ne? Also von daher, da bin ich halt ganz, äh, Patriot auf einmal. So, jetzt hier, 11 Prozent haben wir also geschafft. Und hier sind wir bei 4 Prozent sogar runter. Oh, wei, die könnten wir verlieren, wenn wir das nicht hinkriegen. Ja, alle anderen hier, die sind eigentlich top. 11 Prozent, ja, 3 Prozent. Ja gut, der brauchen wir nicht gucken. Aber Rio und, äh, hier JFK, das ist auf jeden Fall noch so ein Ding. Da müssen wir nochmal gucken, dass das besser wird. Gehen wir nochmal gerade hier hinten hin, da kann ich nämlich mich jetzt schon mal hier hinstellen. Ja, die Zustände der Flugzeuge, so in dieser Rage, ja, das stimmt schon. Vor allem die Heilbronn, ne, die ist jetzt, äh, einmal sonst geflogen. Die lassen wir auf jeden Fall jetzt erst mal, äh, heile werden. Ja, nützt ja nichts. Also das muss, das muss leider sein. Was wollte ich jetzt gucken? Was wollte ich denn jetzt gucken, verdammt nochmal? Ähm, ähm, ach so, ja, genau. Ich wollte gucken, wer den, äh, den Flug hier übernimmt von uns. Weil wir wollten ja noch die Route reinsetzen. Warte mal. Und zwar, New York, Rio. Zack, wo steht die zurzeit Kapstadt, ja. Ne, da muss die doch eins davor. Alter, da muss das weg. Das davor. Das gleich. Oh Mann. Lampen, Chap, der Rehmscheid. Oh Gott. Ich sag mal, Rehmscheid extra. Keine Bock. Und danach, dann wieder, dann wieder, also Kingston. Rio, Kingston. Oh, zack. Geht nicht. New York, Rio, Rio, New York. Warum geht das nicht? Äh, Mann. Dann machen wir so. Geht auch nicht. Dann müssen wir das komplett einmal... Ei, 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 Freunde. Hoffentlich werden wir die Route nicht verlieren. Oh, wir können mal gucken, ob das hier... Oh, die war da drin. Oh, sie hat es nicht gekauft. Gott sei Dank. Nein, warum ist das so kacke? Ne. Schlechter Zustand und... Schlechter Zustand, ja. Da würde ich auch nichts kaufen, da hat zurecht. Da stimme mal überein. So, was ist jetzt mit der Rehmscheid? Okay, die fliegt nur Routen, das ist nicht so tragisch. Da kommen wir alles mal nach... Da besetzen. Okay, haben wir also nichts verloren. Äh, ist trotz alledem sehr ärgerlich. Die Frage ist natürlich wirklich, ob wir uns da nicht einfach mal... Ja, ob wir uns da nicht einfach mal, ähm... Ja, einen anderen Typen in der Werkstatt leisten. Was auch, ich gehe da nochmal rein. Ich gehe nochmal da hinten hin. Und dann ist die Frage... Der Karl macht es die Zeit, aber die Frage ist, macht es denn der... Äh, ich würde mit ihm über meine Flugzeuge reden. Ich... Klar. Macht es denn der Diplom-Dings besser? Müsste er ja, aber schafft er es in der kürzeren Zeit, weil Zeit ist Geld. Ich würde mal... Meine Flugzeuge sollen immer perfekt sein. Lassen Sie Ihre Diplom-Ingenieure ran. Ja, lass uns... Okay, Sie sind der Boss. 50.000 pro Tag. Das wird Sie einiges pro Tag kosten. Ja, gut. Das ist halt so. Und dann, äh... Nein, Moment. Ich bin ja noch gar nicht so weit. Präparieren Sie wie folgt. Jetzt... Ah, ihr seht schon. Das ist auf jeden Fall jetzt deutlich teurer geworden. Hier, 13 Millionen, die Heilbronn. Alter Falter. Wahnsinn. Na gut, wir wollen es mal so machen. Ähm... Ich mache... Ich spreche mal kurz... Warte auf. Ich mache jetzt nochmal einen neuen Spielstand. Let's... Play... Sieben. Und dann gucken wir uns das ganze Spielchen dann mal an, sobald ich Flugzeuge... Sobald der Tag rum ist. Würde ich mal vorschlagen, ne? So, dann schauen wir mal, wie das hier oben stattfindet. Hast du was? Nö. Hast du was? Hast du was? Weil so sieht es sehr, sehr schlecht aus. Wir können keine Routen großfliegen. Wir können keine Aufträge annehmen. Das ist natürlich, äh... Was das angeht, Casasofal. Und vor allen Dingen die Heilbronn. Wenn die jetzt nicht fliegt. Die wird zwar repariert, aber... Wie teuer wird die Reparatur? 16 Millionen. Freunde, jetzt müssen wir erstmal alles wieder reinholen. Ja, hier die Karte, die macht es schon ganz gut, ne? Also die hat, äh, was das angeht. Ja. So. Lassen wir mal einen Tag Pause. Die macht 460.000, äh, oder 406.000. Das heißt 8. Das heißt, äh, 1,2 Millionen machen wir mit der pro Tag. Das ist schon gut. Aber wir brauchen natürlich die fetten Aufträge. Das ist klar. Die richtig fetten Aufträge. Hier, hier. Hier, 1,5 Millionen. Das sind die Aufträge, die ich liebe. Die sind so alte, brauche ich. Ja. Ihr versteht schon, was ich meine. Also jetzt haben wir kein Flugzeug, mit dem wir groß jetzt irgendwie hantieren können. Das ist blöd. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt hier das Problem, dass, äh, ich jetzt kein Flugzeug habe, mit dem ich... Oh, langsam geht es wieder hoch. Kein Flugzeug hat, mit dem ich jetzt hier groß, äh, was machen kann. Also ich bin gerade ein bisschen gelähmt. Und hoffe, dass jetzt, wenn wir jetzt Feierabend gehen, dass wir dadurch nicht irgendwie, ähm, ja, Probleme haben werden. Was auch, wir gehen jetzt erstmal hier oben hin. Und wenn wir das haben, machen wir mal diesen hier. Boah, da. La, 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 so. Es ist so dämlich eigentlich. Es ist so dämlich, aber es macht so viel Spaß. Glaubst du gar nicht? Das glaubst du nicht. So, jetzt gehen wir schnell nochmal hier hin. Holen uns dann den Kleber. So, dann haben wir wieder einen neuen. Und ich würde sagen, man brechen wir den Tag heute auch mal ab. Weil das ist ja, ähm, das ist ja Quatsch. Jetzt hier aber weiter zu halten. Das Ganze zu halten. Ich speichere nochmal. Hoffentlich, äh, bricht uns das nicht, das geniegt. Achtung, jetzt gucken wir, wie viel Kohle es kostet. Äh, äh, 29.000. 21.000. Hä? Hä? Flugzeuge, äh, weiß, ich hab jetzt eigentlich Gewinn gemacht. Warum? Und wir haben wieder Image Plus. Also von daher läuft alles gut. Aber wieso haben wir jetzt... Warte mal. Nee. Erstmal kurz zum Asmen mit rein. Den Platz blockieren, weil die ist schon auf dem Weg wahrscheinlich. Ich spür das doch. Ich spür das doch. Nee, doch nicht. Diesmal ist er nicht dahin. Wow. 1,2, aber 4 Millionen Schaden auf jeden Fall. Den nehmen wir mit. Der hat keinen Aufzahl, keine Strafe. Äh, Miami, Palma. Aber morgen. 100... Boah. Freunde, ja. Was ist noch ein bisschen nichts repariert worden? Was ist denn da los? Die ganzen Riesenflüge haben uns Kohle gebracht. Wurde denn jetzt irgendwas repariert? Warte mal kurz gucken. Äh, ja. Alles wird ein bisschen besser gerade. Tatsache. Tatsache. Dann nehmen wir dir auf jeden Fall den Westen. Ähm, was ich auch nehmen wollen würde. Mal kurz gucken. Würden wir den irgendwie unterkriegen? Miami nach Palma. Das sind 4 Millionen, aber da müssen wir auch 4 mal fliegen. Ähm, morgen Donnerstag Miami nach Palma. Wie viel sind das denn? Kilometer? Ich würde das gerne mal testen. Ich habe ja normalerweise ein Tool mit einem Programm, mit dem ich das hier alles ausrechne. Ähm, im Real Life. So, einmal haben wir den untergebracht. Kriegen wir 1,2 Millionen. Dürfte passen. So, dann hier die Dominik. Die ist full. Ja, die hat auch schon guten Roten Auftrag. Ähm, die schafft es nicht. Die Heilbronn könnte noch fliegen. Zack. Und zack. Und damit würden wir das sogar hinkriegen. Guck mal hier. Wahnsinn, 4 Millionen. Oh, alter, nochmal so ein Auftrag. Äh, Lanza Rote, ja, das schafft man aber nicht mehr. Aber da sind natürlich die Aufträge, die richtig geißen. Wenn du so ein paar Millionen kriegst dafür, das ist schon neus. So, da guck mal aber gerade, wer hier nochmal fliegt. Alles wieder rote, alles im roten Bereich quasi. Das ist eigentlich für unsere gelb-grüne Bereich, das ist gut. Und auch der schon zu sehen, 1, 2, 3, 4 Gates von uns, das ist Hammer. Das ist richtig Hammer. Und ihr seht ja auch für einen publigen, ja, publiges Gate. Ähm, das ist natürlich wenig. So, da ist nichts zu holen. Da ist halt, ich gehe wieder zurück. Ich weiß, ich kann jetzt nochmal gucken, wie das hier bei dem Air Travel Reisebüro aussieht. Ob es hier noch was geiles geht. Oh, das ist doch ein schöner Auftrag. Aber, ja, die Gute ist von Bankhof aus. Das ist natürlich nicht gedacht. Boah, ja, nehmen wir mit. Das ist auf jeden Fall kein, äh, achso, wir haben auch die Rom-Auftrag. Chicago-Frankfurt. Nein. Ah, ja, Chicago-Frankfurt. Äh, lalalala. Können wir hier noch einsetzen? Schaffst du das? Chicago-Frankfurt, du kannst das fliegen. Boah, 800.000, das ist natürlich heftig. Äh, die muss am Donnerstag weg sein. Bis auch, ich setze die nochmal hier oben rein. 200.000, 200.000. Achso, das ist schön. Freunde, das mag ich doch. Ich wollte, wenn es keine Strafe bringt, dann ist es nie so tragisch, wenn das ausscheinert ist. Ja, die ist, man würde ich nicht machen. Okay, damit hätten wir das aber auch und nur so ein bisschen glücklich. Das ist natürlich nur eine Sache, die nach Chicago. Da muss man mal gucken, ob wir das nicht noch irgendwie wegkriegen. Deni nach Chicago. Felix. Felix. Ich will. Vamos mal schauen. Deni nach, ja, Chicago. Was war hier gerade mit Müll? Boah, 6 Millionen. Deni nach Zürich. Donnerstag. Alter, Alter. Deni nach Deni. Okay. Deni nach Fusaka. Bringt nichts ein. Kann ich... Nee, also bringt nichts. Ähm... Oh, guck mal hier. Das können wir also mal zwischendurch mal reinsetzen. Und dann fliegt der halt von Osaka nach Chicago. Das ist auch okay. Machen wir 400.000 Euro. Das geht sogar mit einem Flug. Geil. Also Osaka nach Chicago. Guck mal, kann da was finden? Haben wir sogar. Guck mal, Osaka nach Chicago. Ja. Das wird natürlich nicht mehr drin. Wir haben kein Flugzeug, was wir für den Behausertanz verkehren können. Und diese Erfahrung schafft. Oh. Ich wollte es vergessen. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz wohin. Ins Museum. Habe ich die Zeit verbummelt hier. Nicht, dass die Flugzeuge weg sind. Äh, das ist nicht so geil. Das ist auch nicht so geil. Und das. Was ist das denn? Was ist das denn? Guck dir das mal an. 40. Fracht von 4. Na, aber das ist ja wirklich furchtbar, was der Dietmar zu bieten hat. Äh, genau. Ich wollte das hier reduzieren. Osaka nach Chicago. Wenn man natürlich so viele Niederlassungen hat, dann ist das natürlich schwierig, dann auch genau den richtigen Flug dann zu kriegen. Weil, wenn du jetzt drei Flughäfen hast, dann hat der Programmierer das so gemacht in diesem Spiel, dass du vielleicht mal die Chance hast, dass das dich irgendwie deckt. Wenn du aber viele Flughäfen hast, dann hast du sehr viele Kombinationsmöglichkeiten. Und das deckt das Spiel natürlich jetzt nicht mehr ab. Also in diesem Umfang, wie viele wir haben, kannst du das nicht mehr schaden. Ja, das ist schade auf jeden Fall. Das ist ja nicht das Befehlchen. Osaka. Das war gut. Das ist... Dublin. Ja, auch nicht so geil. Was ist denn noch dein Jahr? Tokio zum Beispiel. Haben wir Tokio dann bekommen? Nein, haben wir nicht. Soul, ja, ist in der Nähe. Vielleicht hilft das. Schön, Fennig. Ich werde gerne wissen, was es bei Ihnen für Auftragspflege gibt. Okay. Ja. An sich keine schlechten Aufträge. Also alles im guten Bereich. Auch hier, guck mal. Ja, die Soul-Roskau. Aber ist natürlich... In der roten Zone herrscht Parkverbot. Boah, 5 Millionen Soul-Denver. Wahnsinn. Kann ich... Nee, kriegen wir wahrscheinlich nicht gewuppt. Also, Osaka nach Chicago. Könnt ihr euch mal gucken? Chicago. Fennig. Nicht wird. Stockholm. Punta Ghana. Also sind hier auch Quatsch. Ja, was kannst du wissen? Bermudas. San Jose. Denver. Moskau. Nee, wir müssen sich ja morgen schon fliegen lassen. Oder übermorgen. Ja. Warte mal, wir könnten natürlich von hier dahin und dann dahin. Moskau nach Chicago. Schafft ihr das? Ich schaffe das gar nicht. Von 8000 nach Gott. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ich will... So, nochmal gucken gerade. Nach Chicago. Oh, Mann, ey. Wir müssen auf jeden Fall nach Chicago. Punta Ghana ist somit auch Quatsch. Obwohl wir die noch dazwischen schieben können. Ich teste das mal. Also nochmal kurz speichern. Oder... War halt ein bisschen zu schnell mit meinem Fingerchen. Lassen wir das nochmal testen. Nullio, Chicago. Punta Ghana, Chicago. Testen wir mal, ob das funktioniert. Warum kann er das nicht fehlen? Ach da, da war's, da war's, da war's. 600.000, ja, okay. Hat es ein bisschen reduziert, statt 800.000, glaube ich, ne? 500.000. Okay, aber wir müssen bedenken, wir haben ja jetzt die 60.000, die wir da kriegen. Ah, das ist mit gar nichts. Nee, das ist mit gar nichts. Das kannst du vergessen. Ich lade das nochmal neu. Also die 60.000, die kann man in die Pfeife rauchen. Getrost einmal. Wir sind bei 31 Millionen, Leute. Warte, hab ich denn jetzt schon wieder hier. Saldo für Leerflug, okay. Aber warum repariert ihr die Flugzeuge denn immer so? Flugzeugewartung, 961.000, das ist für wenig. Nur wenn die nicht fliegen, können die auch repariert werden, ist klar, ne? Lass uns mal kurz bei den Routen gucken, ob sich da schon was verbessert hat. 4 und 16, okay. Aber 4 macht mir echt Sorgen. Also da müssten wir eigentlich noch ein Flugzeug kriegen, was das dauernd fliegt. Technischer Bedarf liegt bei, ja, 5.100 Leuten. Also da müssen wir auf jeden Fall noch ein Flugzeug kriegen, was das schafft. Das funktioniert sonst nicht. Das ist sonst schwierig. So, wir sind immer noch über den Preis, aber wir haben schlecht eingekauft. Wie schafft wir das denn jetzt? Wie kriegen wir das denn jetzt? Wie kriegen wir das denn jetzt? Wie fliegt die ja schon? Und das bringt 420.000. Also das bringt schon fett Kohle, ne? Also das muss man auch mal so sagen. Wie viel, warte mal, lass uns mal kurz die Routen gucken. Äh, Frankfurt, New York, London, New York. Also hat London, New York so viel London und... Ach, hier ist nochmal Rio, okay, alles klar. Ja, da sollte sich das jetzt auch steigern. Okay. Die Ramscheibe, die wird noch repariert, die hatte glaube ich nur ein... Ja, okay, die hatte ich nichts mehr und die hatte nur ein paar so viel. Ja, okay. Ja, alles klar. Und ich glaube, damit hätten wir den Tag auch wieder rum. Ich würde das Ganze dann einmal steigern. Zack. So. Ich glaube, hier war nichts mehr, ne? Genau, das hatten wir auch erledigt. Könnten wir hier noch mal schauen, ob wir noch mal so eine Image-Steigerung haben. Aber das passiert ja eigentlich ganz gut. Wie sieht ganz gut? Von tausend Leuten kennen viele Phoenix Travel. Das verbessert sich ja automatisch schon immer, ne? Na ja, das können wir auch vergessen. Gucken wir aber gerade, ob es hier Aktien gibt. Ich glaube aber nicht. Ich möchte von welcher... Ne, also auch erledigt. Dann würde ich sagen, machen wir schon mal früher Feierabend. Obwohl, warte mal kurz, dass ich noch was hier übersehe. Weil ich irgendwie nie lasse und nicht kriege. Nö. Wir brechen das Ganze ab. Lassen wir Flugzeug reparieren und... Und da, zack, auf 20, 21 runter von 33 Millionen. Also 13 Millionen wurde gerade in unsere Flugzeuge investiert. Deswegen haben wir jetzt auch 78 Prozent. Alter, wir haben 60 Prozent bei Image. Sehr gut. Gefällt mir zumindest sehr, sehr gut. Und das bedeutet, dass wir so langsam auf dem richtigen Weg sind. Wenn du nicht verpassen möchtest, wie wir der Hexe, äh, wovon war sie nochmal, keine Ahnung, von der anderen Airline, tch, den Garaus machen, dann empfehle ich dir auf jeden Fall einmal Daumen hoch für abonnieren, äh, Daumen hoch, um einmal zu liken. Gerne mal einen Kommentar lassen, was du gut findest, schlecht findest, was auch immer. Und natürlich, wenn du es nicht verpassen möchtest, liebe ihr den Garaus machen, einmal abonnieren, Glocke aktivieren, dann bekommst du sofort Bescheid, wenn deine neue Folge online ist. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, weiterhin guten Flug.